Kann, sollen die auch nicht. Traurig. Ich kenne erwachsene Männer, die spielen doch mit der Modelleisenbahn. Weil das Taschgeld für ein echtes Fluchtdicket nicht ausreicht. Komm nach Hause, direkt im Keller, dann sitzen sie da, in feinerem Unterhöschen, vorm Trafo. Mütze auf, Kelle in der Hand. Letzter Halt, erstmal nicht. Traurig. Ich kenne erwachsene Männer. Er hält auch schon Schildo, hol mich hier raus. Junge, ich hänge selber fest. Ich hänge auch selber drin. Ich kenne erwachsene Männer, die in ihrer Freidzeit treffmagen und sammeln. Mit Leuten drauf, die schon längst verstorben sind. Ja, endlich mal freundliche Gesichter. Du guckst ja doch lieber Mahatma Gandhi auf einer Chipset-Marke an, als du deine... Ich kenne dich nur der Warriors. ... Untertitelung des ZDF, 2020